So, alles Willkommen zu einem weiteren Video von TrueBlake's Media. Das ist jetzt ein kurzes Video. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf Rende mit Camtasia und so einem Kack, deswegen möchte ich es schnell mit Spreener. Ja, ich will euch bloß mal eben was zeigen. Ich gebe mal auf meine Videos. Und ich habe eben ja das Unboxing von MobileWerks hochgeladen. Und was muss ich dann sehen? TweetDeck, ihr seht es ja schon. Abgelehnt. Oh, jetzt kackt gut, der gab. So, hier seht ihr, abgelehnt, unangemessener Inhalt. Dann kann ich nur sagen, what the fuck, alter. Ich weiß nicht, was ist daran unangemessen. Ich habe ein ganzes Mal als Unboxing gemacht, wie ich ein Paket auspacke. Und dann hat anscheinend irgendein Hater, der am Anfang mit ein Stemmelwert hat, das Video mit ein Stemmelwert, wie gesagt, und dann gemeldet. Ich weiß nicht, warum wurde das Video abgelehnt? Und das soll mir einem mal sagen, ja? Ich habe da nichts gesagt, was irgendwie, keine Ahnung wie ist. Oder ja, schreibt mal eure Meinung dazu. Und es war ein kurzes Video. Und ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten. Euer Franz, euch für die Videos. Hau rein.